hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde starstable und es ist mal wieder so weit ein starcoins gewinnspiel stream steht an wenn ihr dabei sein wollt heute 16 uhr und dann könnt ihr eure stream währung wieder für die chance auf starcoins einlösen ich wünsche mal allen leuten viel glück und hoffet euch dann alle nachher im stream zu sehen wir werden natürlich wie gewohnt auch ein bisschen noch unsere pferde level für das letzte bisschen von halloween hier was ich noch offen habe danach werde ich mich natürlich auch wieder normalisieren umziehen und vielleicht schon ein bisschen auf die easys vorbereiten ich sage danke fürs zuschauen und bin gespannt auf euch nachher bis dann ciao ciao